ähm was ihr seid oh ähm 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 sieht der mich nicht? der sieht mich nicht! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von dem Let's Play Dead by Daylight ich bin auch mit Tronier Gastgeber und meine Gäste sind Loma Films ey ich bin ich dein Gast ich bin Standard das habe ich dir in der letzten Folge schon mal gesagt ja ich oh das ist der Fall schneller ok und man hört es vielleicht ein bisschen mehr Marius ein bisschen krank nein das stimmt doch gar nicht ja ja das immer lustig finde ich so wenn ich mir so Let's Play oder so anhöre höre die sagen dass sie krank ist sie hat sich fast genauso an das wäre sie gesund ich überhaupt nicht wenn du nicht wenn ich einfach voll wenn ich schlupfe habe also richtig harten schlupfe ja bei mir ist schon heute ist auch also genau weil du hörst es wirklich so an dass ich krank aber viele andere Leute ich bin oft gefallen hier sagen er tut mir leid ich mich irgendwie kraftig an euch bin krank ne und dann hör ich mir das so an ich bin noch gar nicht krank was labern die ich bin ich bin ich bin nur so aber weiß ich mir hier vor Kassi Moksen von Rale wir vor Kassi Moksen wir wenn wir krank sind dann wenn wir wirklich krank sind dann nehmen wir auch immer auf wir sind nicht so wie die anderen wir machen immer weiter wir sind auch da würde da 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 der Wettbewerb 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 was das für eine Bitschitzelag ist ne was die die Fingern bis mit zu helfen kurz vor Ende haut sie ab weil sie nicht erzeugt weil sie bei mir genau so ja es gerade kann das war die eine jahre gekrochen und er hat er um 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 ich habe gesagt es zu tun in der um das wird auch da ja ich habe aber er er hat er hat er zu stellen er sie sind die jahre er ist da er hat er was er ich weiß es nicht ich glaube irgendwo da da läuft ja drinnen irgendwo rum ich hab ihn gesehen nein oh scheiße ich hätte fast in die arme gelaufen na toll ja wo ist der oh ich hab gar nicht mitbekommen dass er da hinten rum läuft ich hab die gerade noch vor mir so gesehen auf einmal steht er hinter mir der ist noch voll in der nähe ich bin voll gelackt ist nicht mich er verfolgt die andere ich hab immer noch keine facecam alle die es jetzt immer noch nicht mitbekommen hab das ist immer noch ihre nähe ich geh woanders hin ich hab dich lag es ich hatte dich ich habe ich werde immer den solchen scheiß mitspielern sterben also das sind die schlimmsten hier die mitspieler der ist immer noch in meiner nähe fickt die hände ich mach den generator in der nähe von diesem bagger ich glaube ich bin ihm gekommen ok generator ja so ist hier bei uns sind die hütte und so dazwischen machen Doll wie weit Air Australien wieder bei dir ja ich kann es auch wo er war der macht komisch an weil er war direkt hinter mir Musik wurde so laut hätte ich lieber mal mach mal ein paar Generatoren, der ist immer noch hinter mir. Als ich dir die letzte Folge geschnitten habe, also nicht die letzte in diesem Sinne, sondern die vorletzte, da habe ich deine Aufnahme hier gesehen. Und aus irgendeinem Grund war das bei dir voll hell in der Nacht, so im Dunkeln. Bei mir war es so richtig dunkel, warum? Oh, du kannst ja dann keine Ahnung. Hast du das Video nachbearbeitet? Nein. Nein, nein. Ich wüsste nicht mehr, wie ich das machen muss mit dem Boot. Ich kenne mich mit deinem Programm come out. Ja. Ich bin nicht so der gute Video-Editor. Tja. Ich kann die Geschwindigkeit ändern. Übrigens, die Ausgangstora hast du mir zu verdanken. Äh, bald, 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 bald! Ah! Jetzt ist es offen. Ohohohoho. Wir sind schon längst weg! Junge! Das macht was zu Rattistor auf dem. Der Dom, der Dom, der Dom. Der Dom! Der Dom! Der Dom! Der Dom! Der Dom! Der Dom! Wie? Ich habe an zwei Generatoren gearbeitet und dafür gibt es kein Level up? So, mal gucken. Haben wir denn für Punkte? Ja, aber sieh mal wieder, ich hab mehr Punkte als du. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab 9907 und du hast 960626. Ja, ich hab 960626 und du hast 9507. Nein, 970 steht bei mir. 507. So, warte mal, warte mal. Ich mach jetzt folgendes, nehmen wir jetzt mein Handy. Okay, okay, was heißt das? Ich schick dir zum Handy. Foto davon. So, warte, 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 ich schick dir, warte. Jetzt Christian. So, hab ein Foto gemacht, ich schick es dir. Ja, das muss jetzt sein, Entschuldigung, das muss jetzt sein. Also jetzt hab ich dir ein Foto geschickt. Ja, ich hab dir jetzt gerade auch als geschickt. Bei mir, äh, was? Ja, steht da für 9507. Jetzt versuchst du mich hier anzulügen. Rumpen zum Geier stehen überall exakt dieselben Punkte, außer bei mir. Wieso? Das Bild, das du mir geschickt hast hier, 9507, das seh ich genau. Das sieht man auch. Also, versuchst du uns hier zu verarschen, der Mario. Ja. Aber ich hab gleich Bock auf Rainbow Six Siege. Auch ein geiles Display auf meinem Channel. Okay. Schamlose Eigenwerbung. Damit das Mario nicht rausschneidet, tue ich das noch ein paar Mal im Spiel sagen. Was? Was wollte ich jetzt sagen? Drei Kerle und eine Frau. Nee, das wollte ich nicht sagen, aber es ist schön, dass du... Es ist schön, ja. Es ist schön. Ja, alles fair. Ja, klar. Ich hab's dir so ausgesehen. Fick dich. Meins, meins, meins. Hier wie bei, ich find es nicht. Meins. 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 Product placement war das gerade. die werden von fixer bezahlt der so ein ganz alt ganz alte Bilder okay findet neben uns schon alt Prozent aber nicht so alt ja wir schon über zehn Jahre alt mehr doch kommen die sich nicht gut dass es gerade noch in B Nemo 2003 da war er alt als ob doch vor allem wird so neun jahre vielleicht so ob es geht die Schöne sagt ich schade ich habe ich überwältigt die Götter so eine Schlampe da ist kein Mike Meyers das kann Mike Meyers es ist so gut die Arbeit die hat mich jetzt so gewöhnt das ist doch ich hoffe es ist nicht die Welt die die Krankenschwester die Nurse die hat man so lange nicht mehr gehört aber der Geist ist auch scheiße also ich mag den Geist und die Nurse nicht ja ich mag den Geist ne mit dem komm ich nie klar ich selber spiele echt kacke und gegen den hau ist häufig hast du doch gar nicht mit dem Generator ja du und die Mac ja und und Mac und ich machen wir als der nächste zusammen voll die Snitch Alter guck mal auf ey Alter was ist denn das für ein Killer ja ich muss nur noch zwei poplige Flüchtlinge vom Haken her Flüchtlinge Prozent Prozent geht's doch aber er wurde er wurde mich los hängig nach hängig ja guter guter Killer euch kommt er bringt ihn runter scheiße und warum gehst du da gerade runter du gehst jetzt nicht da runter ne ich geh grad nicht runter es ist außerdem Michael ja hä ich dachte er hat diesen komischen Haken der hatte immer diesen weißt du noch der hatte doch sonst immer die komischen Haken oder nicht also wir hatten nämlich einmal ne Runde wo er diese komischen Haken war wo ich dachte das wär die Nurse aber dabei hatte er die komischen Haken ich hab Michael grad gesehen ne der war direkt neben mir cred euh f*** waserem er hat mich nicht gesehen was mir ist er auch ganz knapp vorbei Alter he hat mich ihr Abi sehen müssen ja und das ist das war doof mir geht es ja auch eben um die Punkte 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 aber das war eh doof was weiß ich nicht kommen kommunizieren mit Merk um um sie täglich wo bist du besiegt und ich weiß es ist die dritten dritten im Kreis der Klinik 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 als ob halt das ist gilt das absolut das Bild mit dem Prozent recht von dir halt das ist pur skill ich bin entkommen bin und mit einem solchen Generator machen aber irgendwie okay das ist aber ich selbst schuld was anstatt das Hochwert bleibt der beiden Hauptjahr verfolgt gehalten da kann der Kilo vielleicht die Christoph auf dem das auf dem Berg ich bin hier hochgegangen wenn man kann noch hoch was ist der Generator direkt wo sich Michael oh nein ich achte ja nur noch auf Geräusche der ist echt mies dass man die Geräusche von dem nicht hört oh shit auch das war von Geräusche wegloch ich kann immer von Pius Kiel gesagt warum soll ich los wo wo ist er nicht beim Generator, nein aber ich bin bei so einem anderen Generator soll ich machen jetzt den hier fertig aber warum kann ich den ganzen Tag nicht, das kann man nur mit dem langsamen Schritten machen aber der läuft für mich ziemlich schnell keine Ahnung also ich hab irgendwie nicht das Gefühl dass er langsam läuft du kannst ihn erst ab einer Schufe hören wenn er sich aufgeladen hat ach so ich dachte ich höre ihn davor auch noch ich dachte nur wenn er langsam da kommt dann immer dieses Klavierspiel ich dachte nur wenn er langsam läuft was meinst du jetzt ist der Generator ist bald durch, heite durch beobachtete und seine Richtung der Keller geht in deine Richtung aber ich glaube der will nach unten, will nach unten, will nach unten was macht der? ja ich bin fast frei, ich bin fast frei der hat einfach auf Färbelstrecke aufgehört run by run run by run keine Ahnung wo der Typ ist nein! oh komm kommt der mit, oh häng ich auf jeden Fall ich eile zu dir was macht der Typ? mit links, rechts, äh ist der Typ behindert der Typ ist behindert direkt vor mir ist, da ist ein Haken was macht der? lauf dir da zurück zum Haus der Typ ist dumm der Typ ist dumm macht mal Generator halt der Typ ist dumm ganz ehrlich denn hey oh fuck was los ich komm jetzt mir hinterher keine Ahnung, ich hör den nie oh fuck ja ok gut hey Meg, kannst du mich heilen? ja danke Meg ist echt, oh als halt die mich, jetzt fasst die mich an wow ne aber das ist ne nette Meg ist ne nette viel strapped man oh man oh ich seh euch dahinten ja noch ein paar Mal versucht am Tor zu rennen wir sind bald fertig wir machen die Tore auf ich glaub ich höre euch ähm ich glaub ich höre euch bist du verrückt? soll ich zu dem sein? nein 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 hilfe warte schon, ich hab den auf also Meg hat fast auf hilfe ich hör den auf nach Ich versuch's ja. Lauf, lauf, lauf. Ja, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Das funktioniert. Komm schon. Ich hoffe es funktioniert. Ich hoffe es funktioniert. Jetzt hat er mich. Ja, ja, ja. Hau ab, hau ab. Er hat mich erwischt. Geht weg, geht weg. Hier ist die Luke. Okay. Nein, ich will sie mich heilen. Verdammt. Ich muss ihr noch verkl... verklickern. Versuch's im Tor. Versuch's im Tor. Ich glaub ich schaff das nicht. Nein! Verdammt. Sie darfst nicht hängen. Oh nein. Hacke, ich bin down, ich bin down. Oh nein, warte, lenkt ihn ab. Lasst ihn euch noch mal stechen. Stellt euch den Weg. Lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Nein! Verdammt. Du schlau. Vor allem ist das einfach meine eigene Schuld, ne? Wieso? Ich hab mich... versuch's selbst zu befreien vorhin. Du... 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 Wir sehen uns in der Helle. Helle! Wer tut mir so leid? Wieso? Deinem? 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 Seuss auffussend bekommen, eh? Jetzt hab ich 124.000 Punkte. Alter, er off %1.0000! Oh, der, dog! Digga, was? Digga, was?! Digga, was? Ja, customers this time... Der nächste Mal ist auf immerOD, Wohnen der Nadelnuss. Reliquienferrenden bin, hitting offensure兩個 Zweimal. Store des Abs zeig an. Alter, 1, 2, 3, 4 von diesen schwarzen Dingern kommen jetzt auf einmal im Blutnetz. Achso, ich würde sagen, mit diesen Nachrichten, ja klar, wenn du ein hohes Level hast, mit diesen wichtigen Nachrichten verabschieden wir uns von dieser Folge, würde ich sagen. Ja. Ja, okay, macht's gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge, ciao. Ciao.